Hallo meine Freunde der Sonne da sind wir wieder und heute reagieren wir auf ich heiße Marvin das war ein Wunsch von euch und der Wunsch ist mir Befehl und ja ich habe ich habe auch bei mir immer Ratten und Mäuse liegt aber auch daran dass ich immer über meinen ganzen Müll klettern muss also deshalb und ich kaufe auch immer Ratten dass ich nie alleine hier bin genau die Nacken dann immer die machen dann für mich immer die Fingernägel und die Fußnägel und dafür dürfen die dann hier leben genau so ist das Günther komm her wir gehen Gassi ok das übrigens ne das ist ja ein Schaf ne und hinten der Schwanz das sind echte Maße also von von also ich rede nie von ich rede von Schwanz ne was die Tiere bereiteten dran haben echte Maße genau 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 bei der hat hier ne Kackwurst als Frison das sieht so geil aus oh wartest du schon lange ach so ja gerade gerülpt die Geräusche Günther schau mal dort oben ein Fallschirmspringer ja Günther was hast du da denn gefunden ist das etwa eine Wunderlampe man sagt wenn man an einer leckt kommt ein Flaschengeist heraus und das wird jetzt so äh ich dachte eigentlich dass er jetzt so sagt wenn man kräftig dran rubelt sag ich übrigens auch ich muss echt die zweideuteligen Witze rauslassen äh ja genau so sieht es bei mir auch aus oh mein Gott es ist also wirklich wahr hab ich hab ich nun drei Wünsche frei ich heiße Marvin oh ehrwürdiger Marvin gewährst du mir nun meine Wünsche ich heiße Marvin ja das erinnert mich voll an ähm Garden of the Galaxy Coot ne ich heiße Coot ähm ich will jetzt nicht spoilern das ist scheiße naja aber eigentlich eher egal äh guckt guckt euch das an ähm dann heißt es nicht mehr scheiße Coot aber er hat auch ein Happy End hast du schon gesagt ich heiße Marvin bekomme ich jetzt meine Wünsche oder nicht ich heiße Marvin du nervst mich langsam ein bisschen ich heiße Marvin oh alter weh du sagst das noch einmal ich heiße Marvin ich heiße Marvin du kannst mich mal am oh das hab ich jetzt unsensiert gehört ja guckt unbedingt das Original Video an und ich wollte jetzt was sagen aber es lassen wir mal ähm ich hoffe es hat euch gefallen und ihr könnt ja auch mal an der Wunderlampe reiben vielleicht kommt da auch Marvin raus wer weiß ne ah nie zu doll ist kann wehtun ja geil ähm ich finde es immer noch übelst geil dass der falsche Sprenger hier in der Ecke liegt hier hinten ja ich hoffe es hat euch ein bisschen gefallen guckt wie schon gesagt unbedingt das Original an wie immer ganz oben verlinkt und äh ja bis zum nächsten Video haut rein und tschüss bis zum nächsten Video haut